das wird jetzt bescheuert ja weil es gescheuert wird aber du spielst du versuchst du deine ziele zu machen oder aber du bist noch gar nicht da kuckuck bitte kuckuck echt jetzt wie hast du das jetzt hinkriegt ja aber wie geht es ich habe direkt angeklickt ende das ist ja doch du weißt also das ist jetzt nicht kaputt macht hat ja so kein sinn ja dann bringe ein paar menschen kommst du wieder oder nicht ja ich bin unterwegs okay aber ich muss ja wieder erst mal loading und bla ja ja bin ich mal ehrlich ja aber ich wusste echt nicht dass das geht aber dachte so high quality spielen dass das lässt es gar nicht zu jetzt steht nicht clean elephant area bei dir sondern clean t-rex area war bestimmt der patch den du vorher runter geladen hast jetzt stehen da ich die brachiosaurus was sind denn das für viele brachio kurses zu experience dancing im wagen am arsch ja die mitte keule du musst jetzt tatsächlich ihr irgendwelche tiere killen funktioniert schauen wir ob das funktioniert wenn du mir essen gibst da steht viel dritte ist er denn ich glaube das ist der einzige vorteil von dem flug saurier du hast die übersicht du kannst besser du kannst du kannst du kannst den zuwetter besser finden ja aber du kannst jetzt sonst nix er hat sie da drin versteckt bist er war doch gerade nur da naja t-rex hat er sauber macht ist alles versteht er nicht lass das man hat nicht nein nein ach mach ich du kannst mir nicht einfach du hast jetzt du hast es noch nicht erledigt mit die dolphins geht bis zu früh weglaufen ich suche auch gerade was anderes ist er wo ist er kann dir was helfen weiß ich nicht sag einfach wo du bist dann komm mir und helft ich suche auch gerade Aufgabe erledigt. Aufgabe erledigt? Ja, ich habe eine Aufgabe erledigt. Welche? Kannst du doch sehen. Oder siehst du nicht meine Aufgaben? Doch, Sue Experience, oder? Müsste das letzte gewesen sein. Der T-Rex war vorher schon sauber. Und sonst hast du noch nichts. Aber ich finde die halt einfach nicht. Ja, das ist schon scheiße, wenn einem die Übersicht fehlt, ne? Ja, Brachiosaurus sind übrigens nicht die, die mit dem, das sind die Langhälse da, weil da liegt so ein halbtoter rum. Das sind bestimmt die, die, wo du dann heilen musst. Warum soll der sonst da rumliegen? Ist er. Das ist echt scheiße. Ihr findet ihn nicht. Ich fühle mich gerade auch nicht. Aber du bewegst dich hoffentlich schon. Ich habe mich gerade, was ich hier tun muss. Und die ist die Aufgabe genau. Schau dir deine Controls an. Tanzen. Du musst tanzen. Aber wie tanzen ich? Ja, schau doch auf die Controls nach. Achso. Das gilt ja nicht. Bleib da. Alter, scheiße. Ich bin schon wieder verloren. Er sagt. Ah, Feige. Hey. Ich bin geschützter Art. Du bist eine lästige Art. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Hey. Ich suche gerade was. Huch. Mein Essen auf Rädern ist zu schnell. Ja, den musst du heilen, den Brachio, der da rumliegt. Ja, doch. Was war denn jetzt verdammt noch eins? Huch. Huch. Was? Ich habe da gerade in eine Laterne geraten und in einen Park gesegelt. Das kann doch nicht wahr sein. Also wenn ihr euch jemals gefragt habt, warum sind Dinosaurier ausgetorben, weil die Zoo-Werter so gemein sind. Was machst du? Oh, schnell ausleiten. Hint der Karabert. 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 Und schmeißt du mir einfach zu die aggressiven Viecher da rein. Die war doch da hinten hinter dem Spinnenhaus, oder? Ach stimmt, die war irgendwo in der Nähe vom Spinnenhaus. Ich habe ihn schon wieder verloren. Ja, da war die Zoo Experience. Irgendwo da war doch die. Oh Mann, ich bin schon fast tot, lass da an. Ah ok, ich verstehe. Mach mich tot, den habe ich hinter mir. Gib auf. So macht keinen Spaß. Hey, hör jetzt auf mit dem Scheiß, lass mich runter. Natürlich gilt das. Solange ich dich trage, kannst du mich nicht nerven. Es ist schienen, was du da machst. Wie, du kannst nichts tun? Ich kann, das tut mir jetzt aber leid. T-Rex zu verkaufen, nee, Raptor zu verkaufen, Raptor zu verkaufen. Ich kann mich nicht mal bewegen. Hör auf den Raptor zu tragen. Ob ich dich verfüttern kann? Nein. Give food to Raptor steht da. Ja eben, ich verfütter dich an deine Artgenossen. Bin bestimmt sauer, wenn du da einen Raptor rumträgst. Da ist doch die Veterinierpraxis, du stehst direkt davor. Ja. Ich geh doch rein. Jetzt nimmt er. Ah, danke. Nein. Lauf. 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 Ich hör auf damit. Du hast mich ewig durch die Gegend getragen. Du meinst doch nicht, du lass die in Ruhe. Ich hab dich getragen! Auf Händen! Wieso dankst du's mir? Ja. Das ist das falsche Gehege. Ich hab gemerkt. Du musst zu der Langhälse. wir sind hinter dir ja genau dass ich wirklich noch den arm helfen okay bevor ich deine wohl bleiben beim füttern deiner art genossen scheitert ja du wolltest nur retten ja vielen dank fürs anschauen servus